Der Prophet Mohammed s.a.w. sagte, wey, 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 dreimal wey den, wey den, wey den, Ist ein Tal im Höllenfeuer Jahannam. Und man kommt da herein bei dieser Warnung, weil, wenn man nicht bereut dafür. In unserer Religion des Islam ist das Lügen absolut verboten. Weder im Spaß noch im Ernst. Daher muss man dieses verinnerlichen und auch danach handeln.